So, ich bin wieder hier, ich habe da die drei, vier, die mir da in die Gegenkammer immer platt gemacht. So, jetzt setze ich mich hier mal hin. So, was muss ich denn für das nächste Mal haben? 2100, ah ja, alles klar. So. So, was habe ich jetzt hier weitergekommen? Ähm, so weiter oben, brauche ich ja nicht mehr. Okay, die kommen auch so jetzt an. Ja, gut, die sind nicht wieder unter der Erde, die laufen jetzt hier so rum. Das war Nummer zwei. Komm, wer tut das auch noch da? Und, bam, und, bam, bam. Okay. Goodie. Ja, der tanzt danach. So, mal gucken, jetzt gehe ich hier durch die Nebel. Im Moment nix. Also, kein Boss. Das ist erst mal gut. Alter. Was für eine dunkle... Sollen das da Beine? Steht das etwa auf da? Ein Riesenritter oder was? Ach, du heilige. Der steht sogar auf. Äh. Ich muss weg. Ich habe das vergessen. Fifi. Ach, du heilige. Ist der groß? Also, der da. Ja? Das war ne Wetter, ja. Ähm. Hi. Da kommt der richtig nach dir. Nein, nein, nein. Komm, du bist ja zu fett. Du kommst da nicht durch. Du kommst da nicht rein. Nein. Nein, du kommst nicht rein. Nein? Nein, er kommt nicht rein. Okay. Ähm. 35, natürlich. Ich hoffe, du bist nur einmal da. Äh, was machst du? Okay. Egal, was der gemacht hat. Hat er mir nicht geholfen, oder was? Ähm. Gut. Hat aber nicht Spaß. Ich glaube, der Dödel. Äh. Na gut. Ja. Dann. Hoffe ich mal, dass er nicht nochmal so was schweres kommt. Ach Gott, nee. Da liegt ja noch einer. Oder? Ja. Das ist ja so eine Art Wald der Riesen hier. Äh. Und jetzt wird er auch noch wach. Äh. Ach Gott. Ähm. Wir können ruhig mal ein bisschen heller sein. Geh da aus dem Weg, du Große. Ähm. Ja. Genau. Tu ich dir manchmal da durch. Warum denn nicht, ne? Na, komm her, komm. Ja, genau. Und? So, jetzt bist du dran. Alles klar. Hier könnte auch mal so eine Lampe hin. So ein Leuchtpilz. Eieieieiei. Alter, warum sind denn hier so große Gegner? Natürlich. Hm. Die krieg ich so doch nie. Eieieiei. Du bist so groß und ich bin klein. Wir spielen noch nicht hier klein gegen groß, man. Oder doch? Du bist mir viel zu groß. Ah. Au. 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 Das ist nicht schön, wenn da was im Wege hängt. Au. Lass das. Okay. Ähm. So. hallo was? nein, da hat nix ach man oh, Elite-Rüstung ok, deshalb hat er im Moment nicht aufgestanden gut, kanns auch gerne liegen bleiben alter, das ist sowas von dunkel hier so, das ist ja direkt hier, wo ich herkomme so, ist da einer? hm alter, ist das dunkel ist das eine Art Geheimig oder was? ähm jetzt bist du also aufgewacht wo ich da durch will ok ei 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 ähm ok aua haben wir von gedacht, dass da sowas kommt, ey ja unglaublich ähm oh natürlich ach man ey ach man ey ähm 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 keine ahne was er jetzt gemacht hat oh gott den hab ich zu spät ähm gesehen kommt er jetzt hier hoch er kommt hier hoch er kommt hier hoch oh gott ei 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 ach ach das ist dann jetzt bleib du mal da unten ähm 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 hm ähm warte mal wenn wenn dann versuche ich mit meinem Feuerbläder hinzugehen wenn dann versuche ich mit meinem Feuerbläder hinzugehen der ist jetzt ein bisschen hoch hier oh lass mich durch lass mich durch äh oh oh um 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 da war ja oh ja genau das hat er ewig gedauert wenn ich da erstmal aufstehen konnte der schlägt mich irgendwie so in den boden rein oder was da das hat er ewig gedauert mit dem aufstehen warum habe ich denn nur fünf getränke seit einiger zeit vorher hatte ich einmal zehn merkwürdig ähm ja genau ok oh Hilfe die verfolgen mich äh äh Hi Große darf ich mal einmal danke ok hier da oben ist das Vieh ok ok dann lass mal gucken Schmetterling so nennt er sich aha Hi ähm heuer die weit weg ok heuer ok aua gut den kann man nicht machen naja dann muss man aber auch Fernebappen haben blöd so oh was ist jetzt los okay jetzt habe ich keine belle mehr ok diese dinger kann ich durch rollen eigentlich gut ausweichen aber gut dann macht er doppelt ich wollte eigentlich rollen oh was macht er denn jetzt da hat er mal strahl drauf ja komm kann ja komm das ist doch schön oh ich mal vorsicht Oha Ja, bei denen ist es schwer aufzureichen Ok, die haben auch mal nicht getroffen Oh Gott, einen habe ich noch Das war mein letzter Aua Oh Und dann hat der noch getroffen, jetzt der eine, ey Eieieieiei Oh Gott, da fehlt ein Getränk Oder einmal nicht treffen lassen, irgendwie Ich sag ja, das ist blöd Warum habe ich denn noch einmal lange Zeit nur 5 Ich kann noch einmal auf 10 Merkwürdig Äh Naja Zauber muss ich auch mehr haben Aber was könnte man denn da noch für einen Zauber holen? Ich weiß das nicht Wenn man das irgendwo könnte Ich geh erstmal hier lang Dann wacht der Riese nicht auf Aber da hinten ist er da Aber da hinten ist er da Hi Äh, hauber da Da unten kommen die Ars noch nicht rein Da unten kommen die Ars noch nicht rein Eieieieiei Gut, der ist jetzt nicht ganz so schwer, aber So Oh, da ganz hinten liegen die Dinger Meine Seele Das war auch ein bisschen verkehrt, also gefährlich meine ich Oh 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 Aua Alter Nein, 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 nein Ach man, jetzt muss ich schon wieder zweimal trinken, ey Ich könnte doch nicht mal zuschlagen Aua Oh ja, genau, zweimal getroffen Ach, das ist doch blöd jetzt Das ist blöder als eben Genau So oft nach drinnen, ey Na Das wird jetzt nichts Musst du zu viel trinken jetzt Und das Konnt jetzt erst einmal zuhauen Genau Ach Gott, ey Ja genau, ich hab ja gerade getrunken, ey Meine Fresse, wie blöd ist das denn jetzt, ey Ne, das wird jetzt nichts Boah Ja genau Das wird nichts Ja genau, dann macht er wieder doppelt und dreifach, ey Ja Ja Alter, beim ersten Mal treffe ich den so gut, ey Und jetzt beim zweiten Mal, ey Da hat er mich so oft getroffen, ey Da konnte ich ihn noch nicht mal treffen Da muss ich schon wieder dreimal nacht nacht tanken, ey Bäh, brauche ich da Alter, das war ja dieses Mal total befeuert, ey Der trifft mich und trifft mich und trifft mich, ey Ich trinke gerade mit beim Trinken oder wie Oder trifft er mich dann nochmal und dann Und das ist gemein, dass du das nicht abbrechen kannst dann Wenn du trinkst und willst du ausweichen oder was Nein, geht nicht Du musst ja erstmal zu Ende trinken Ei, 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 ei Wieso liegt der nicht genau hier vom Eingang, hä Großer Okay, warte mal, dann Wenn ich das jetzt einmal anders machen Ähm Nein, bleib du mal da unten Warte mal Ähm Du, 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 du Nein Achso, war immer hier, ne Die Dinger brauche ich, glaube ich Hahaha Ähm Ja, wie wäre das denn, wenn ich mal einen Blitz versuchen würde Bei dem Typen Bei den Heine Ähm Okay, aber ich versuche das dann erstmal so Und dann bin ich dann Gut, da will ich später dann nochmal hin Wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zaubersprüche habe oder sowas So Hey Da müsste ich dann noch einen Zauberspruch haben oder Aber woher So Ähm Ja Weil das ich so nix machen kann Ähm Ah Blöder, den ich da hinreiten kann Wo ich will, wie bei dem anderen Teil irgendwie Von ein Lochfeuer zum nächsten Ich muss hier alles wieder ganz normal zu Fuß ablaufen Das ist doch kacke, ey Ähm Ähm Hm Na gut, lässt ja nicht ändern Ich muss wieder ganz normal zu Fuß zurücklaufen Ähm Ähm Fall in die Dunkelheit hier, ey Hi Aber immerhin gibt's da so diese Mutkloppen So Ja So 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 auch hier ein willermose klumpen total dunkel und dann noch teilweise so eng die roten klumpen eine gute frage kann man da am besten durch dann okay ich müsste ein paar getränke mehr haben ja um da einigermaßen gut durchzukommen aber gut mit fünf war sie auch schon knapp aber ein zweimal weniger treffen lassen denn dann ist es okay ja mach doch mal deine blitze dahin ich werde mir erstmal irgendwie noch was besseres besorgen ja mal gucken der gegenseit kaufen die kann mal drei so ähm eine waffe verstärken gut ich muss dann noch einiges leveln damit ich dann bessere waffen benutzen können genau ich könnte ja auch meine die leichte armbrust verbessern das würde auch mal was ähm dann könnte ich auch vielleicht an diesen einen marge oder so etwas mehr punkte abziehen vielleicht immer nur ein 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 ähm und pfeile kaufen das kann ich bei ihm ja jetzt nicht ne so würde ich sagen es geht äh bis 5 da dann mach ich den mal auf 5 so ähm okay leichte armbrust so und die 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 Gegenstand Kaufe, warte mal. Ja, doch, da gibt es auch bessere Pfeile, größer. Ähm. Ich habe ja diese komischen Federpfeile. Und die hier, die geben auch schon mehr. Ähm. Sieben. Da ist noch ein schwerer Bolzen, genau, das ist der letzte. Okay. Ein Standard, ja. Okay, dann werde ich mir mal, ja, ich weiß, dann werde ich mir mal, ähm, gute Pfeile besorgen. Ähm. Hm. Gut, dann ist halbe Stunde, dann werde ich mal die Folge. Äh, ich gehe mal dann noch ein paar Säbel, äh, sammeln hier und, äh, damit ich mir Pfeile noch mal kaufen kann. Dann macht es erstmal gut, bis zum nächsten Mal und dann sage ich, bye bye. Bis zum nächsten Mal.